Ja, ihr seht hier den Jaguar F-Type Project 7 mit 575 PS unter der Haube, die ich jetzt mal schließe. Dieser Jaguar wird aufgelegt in einer Stückzahl von nur 250, übrigens alle 250 sind schon verkauft. Eine Beschleunigung von 3,9 Sekunden von 0 auf 100, sensationell. Damit diese Beschleunigung auch wieder reduziert werden kann, hat dieses Auto serienmäßig Carbonbremsen. Schöne Carbonverkleidung, hier an der Seite, bei dem Lufteinlass und am Schweller. Und auch im Innenraum ziehen sich diese Carbon-Teile durch. Wir haben hier optionale 5-Punkt-Gurte, aber wer möchte, kann auch den normalen 3-Punkt-Gurt verwenden. Auffällig hier auch der Höcker hinter dem Fahrer-Sitz und der ausgeprägte Heckspoiler hier. Der scheint notwendig zu sein, um den notwendigen Abtrieb zu bekommen. Rein optisch ist er für mich nicht der Bringer. Das ist mir etwas zu nach außen gekehrt. Auch das Heck des Jaguar F-Type Project 7 ist ein Hingucker. Auch hier haben wir die Carbon-Teile und die zwei kraftstrotzenden Auspuffrohre.